Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer CrazyLifeHD. Wie ihr in dem Video davor gesehen habt, habe ich mir eine Sturmdachhütte gebaut. Inzwischen habe ich auch ein Bett, in dem man prima schlafen kann. Aber heute geht es darum, einen Merkpunkt in seiner eigenen Hütte zu machen. Man muss das Feuer anzünden und hat dann die Option, sich zu binden oder einen Teleportpunkt zu erstellen. Jedoch benötigt man die Merkdint. Ich habe lange gesucht und eine Lösung gefunden. Die meisten wissen, wo die Merkdint dazu gekommen ist. Ich wusste es nicht. Ich habe sie selbst gefunden. Ich habe diese öfteren Fertigkeiten gesucht. Man kann sie nicht selber erstellen. Man muss sie kaufen. Ja, dann kann man sie auch nicht im Optionshaus kaufen. Aber beim Krämer. Na, gehen wir mal weg. Da haben wir sie. Kaufen wir gleich mal ein paar. Lass mal. Dann gehts wieder ab nach Hause. Wunderschön. Alles hier einfach wunderschön. Fantastisch. 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 Gucken wir lieber zu. Wenn ich erstmal nochmal zugucken. So. Und zack. Haben wir unseren eigenen Teleportpunkt. Teleportpunkt. Nach Hause. Telefonieren. Nach Hause. Teleportieren. Nach Hause. Wunderbar. Kann man noch was machen. Kann man noch was machen. Hm. Das habe ich erstmal. Kann man noch was machen. Hm. Das habe ich erstmal. So. Jetzt wisst ihr wo ihr die Merktinte bekommt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und frohe Weihnachten noch. Bis bald. so wenigstens feiere. Und dran. Wir müssen aber auch wissen, was man? Ja. KenntASHIONEUiD hier. zte WardenОib. Betrug accounts. Wunderschönsinn. Wunderschönsinn.